Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe und mit dabei ist der gute Kevin. Moin Moin! Das ist ja sein Kanal, da habe ich gedacht, ich mache mal die Anmoderation. Freundlich übernommen oder was? Oder freundlich übernommen? Nein, wenn dann freundlich. Hey, du bist doch Smilodog sowas los. Aber nicht schlagen? Nein. Nicht ins Gesicht? Ohne Treten. Ich habe hier schon vor dem Sparring ein neues Ohr gehabt gestern. Aber ein Zeichen von harter Arbeit. Training. Das war der Schlag. Das war so ein richtig so ein... Ja, so ein ekliger. Kennst du, wenn der Daumen reingeht so? Ja, Alter, boah. Leute, heute ein neues... Neues Reacting Video. Heute haben wir die Prank Bros. Die hast du dir gewünscht? Fast. Indirekt? Indirekt. Ja, weil ich da habe mal so ein Video gesehen von dir. Das fand ich ganz cool. Und manchmal fasse ich mir aber auch wirklich am Kopf. Wirklich. Als ich das Video gesehen habe, da stand ich so da. Aber die Schlitte und so, ne? Das ist krass. Ja, ja. So 24 Stunden Challenge war gut. Und dann plötzlich T-Shirt und... Duschen und... Ja, ja. Hätten wenig Smilodogs T-Shirt dann haben können, weißt du? Haben sie aber nicht. Ja, haben sie nicht. Und deswegen wurden sie bestraft. Ja. Selber schuldig. Vom Smilodogser. Und das ganz hart. Ja, einfach loslegen oder wie läuft das jetzt? Legen wir los. Ja? Also Leute, wir haben die Prank Bros. Hatten wir schon mal. Habt euch drüber gefreut und habt gesagt, wir wollen mehr, mehr, mehr. Bekommt ihr. Los geht's. Auf geht's. Los, wir haben einen anonymen Anruf bekommen. Ich habe jetzt mal stumm gestellt, weil die Stimme ist richtig komisch. Wir gehen den Eifel mal nach jetzt. Hör zu. Ja. Worin sollen wir genau gehen? In welchen Wald? Auf den rechten Weg. Sagt er zu den Farbigen? Okay. Das ist sauer. Weißer wird, wie man telefoniert. Was haben wir da? Hä? Was ist denn? Aufgelegt. Okay. Ganz komisch so. Aber ist das jetzt wieder wann man so ein Ding so, mein Sitz im Auto, Kamera läuft. Wir haben gerade einen anonymen Anruf bekommen. Komisch. Gerade eben. Ist ja wie verhext. Sollen wir mal zurückholen? Ne, ne. Er war noch dran. Er hat auf stumm gestellt. Ja, genau. Ach so. So lange hat er noch gewartet? Ja, der Typ hat gesagt, warte mal ganz kurz. Wir müssen kurz die Kamera anmachen. Genau. Wir stellen dich mal kurz auf stumm. Und jetzt aber das Lustige. Also sie sind jetzt wirklich in den Wald gefahren. Ja. Guck mal, also würdest du, wenn dich hier im Wald oder sowas... Also wenn mich irgendeiner anruft, ey Dinger, wir treffen uns im Wald nachts, würde ich da nicht hinfahren, glaube ich. Ich auch nicht. Ja, das ist egal, wie stark man ist. Man weiß nie, wer da kommt. Ich geh nicht mehr so weit, Alter. Es ist viel zu weit. Ja, der eine hat schon Bedenken, siehst du? Nein. Nimm das schnell, komm, 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 komm. Ich will hier nicht mehr bleiben, Alter. Warte, Scheiße. Leute, wir haben den Beutel gefunden. Ich nehme ins Auto. Oh! Oh! So ist das. Was ist das? Immer das. Was ist das? Ich steigte Nachricht natürlich. Ja, das ist schon voll zerrissen, Alter. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wurdet auserwählt, die neuen goldenen Chicken Nuggets zu testen. Okay. Geh zum nächsten McDrive und sag genau Folgendes. Einmal 6er Nuggets, please. Das ist jetzt eine McDonald's Produktplatzierung. Okay. Dann pack die dort und warf 10 Minuten. Ist das eine Produktplatzierung? Kannst du mal kurz gucken? Kannst du mal gucken? Ihr müsst beide eine Kapuze tragen. In Klammern. Warte mal. Einmal 6er Nuggets. Guck mal hier. Eduard Wolter und Sohn. Wolter, da im Video. Ja, okay. Okay. Der zieht jetzt keine Beine, oder? Der zieht jetzt keine Beine, oder? Du musst dich mal rasieren. Und? Nee. Ganz normal. Ganz normal, ja. Wo ist die Kapuze gewesen? Stimmt, ja. Ja, okay. Der meint ja noch weder auf dem Parkplatz. Ja, ja. Ihr hattet aber auch keine plötzlich. Hast du ihn rausgetrunken? Ja, noch nicht rein. Mann. Shit, Alter. Der kann ja gar nicht schauschen. Das ist das Geile. Was war das? Der guckt, der sagt, komm mal. Ich hab noch alles gesehen. Hier ist nichts, Alter. Ich bin voll im Dunkeln. Hier war ein kleiner rum, oder was? Ja, ich sehe immer seinen Grimmel. Das ist voll egelig, Digga. Warte, ich mach jetzt alles mal zu dir. Jetzt erst mal zu machen. Was war das? Das Zeichen, oder wo? Was für ein Zeichen, Alter? Sollen wir jetzt raus den Regen, oder was? Was sollen wir noch? Was sollen wir gerade stattfinden? Wir haben keine Anweisungen bekommen, oder? Wo war das das Zeichen, oder? Das ist eine Macke-Süte. Oh mein Gott! Guck mal, guck mal rein. Komm, komm, komm. Schlepp in das Auto. Aber wir haben nichts gesehen. Nicht das Tag. Nicht das Tag. Haben wir die Hände geschmissen, oder? Wir machen jetzt auch. Ja, komm. Schicken Nagels. Schicken Nagels. Da sind jetzt die goldenen Nagels. Ja, halt die Kamera. So, ich mach jetzt auf, ne? Ja, ich mach jetzt auf. Jetzt auf. Ja. Und? Ohohoho, shit! Oh! Die goldenen Nuggets! Oh, das sind ja auch fein eingegoldet. Alter, wie geil! Wie die aussehen! Du hast eine kleine Kakao-Fisch, ne? Sollen wir jetzt schon? Lass sie jetzt fest sein. Schreck mal einen, oder? Hast du geguckt, das ist eine Produktversion? Ohoho! Ohoho! Nicht näher hier? Ey! Anzeige ist raus. Oh! Einer ist runtergekommen, schuldig! Oh ne! Oh! Plötzlich der anonym über Anruf war! Hallo? Oh! Scheiße! Alter, wir müssen weg! Wir müssen weg! Oh, das fängt an zu gewittern! Warte! 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 Hast du diesen Sound-Effekt gehört? Irgendwie so ein Adobe, keine Ahnung was, oder so? Scheiße! Okay, das war... Das war es jetzt? Ich weiß nicht, äh... Ich glaube, jetzt kommt ein neues Video. Ähm... Ja, das war ziemlich... Schlecht, oder? Boah, necker! Das war echt schlecht, Alter! Schäfer, wir machen jetzt ein Video in der Shisha-Bar. Handy bimmelt. Oh, anonymer... Oh, oh! Und finden draußen Eiweiß einmal... Wie bekleckt hat das Video? 400.000. Alter! Wie viele Abonnenten haben die? Wie viele Abonnenten haben die? 18.000 hoch, 15.000 hoch, 15.000 runter. Wie, 18.000 hoch, 5.000 runter? Das ist aber gut bewertet für so ein Video. Wie viel Aufrufe... Wie viel Channel... Wie viel hat der Channel? 1,4 Millionen. Alter! Ja! Okay, aber... Kennst du so Paranormal Activity? So heißen die Dinger, ne? So auf... Ja, ja... Das ist aber ja... Das ist ja aber... Ich meine, ich kenne die beiden nicht, ne? Aber es ist einfach so hässlich schlecht gemacht. Zwar ist schlecht. Peace! Was geht ab? Ich bin's Kevin. Und heute werden wir 24 Stunden im Pool hocken. Das heißt, es wird schrumpelige Hände, glaube ich, auf Ende gehen. Aber ja, wir versuchen so lang wie möglich auszuhalten. Ich glaube, wir schaffen 24 Stunden. Genau. Das ist unser Ziel. Auf jeden Fall. Und ja, wir haben einen Whirlpool dabei. Also es wird Blubberbläste geben. Und ein paar Bälle. Und ja, man guckt, wie wir die Zeit rum kriegen. Ich zeige jetzt mal das Wichtigste, Leute. Der Pool, Leute. Wir haben 24,5 Grad jetzt. Die Tür wird noch mal nachgelegt. Langsam wird's warm hier. Ja, Mann. Wollen wir es selbst machen? Hä? In so einem Treff? Ja. Leute, wir haben ein Bein drinne. Okay. Dafür raus. Salz drin. Aber endlich fest. 25. Ich fühlte aber nicht so an. Eigentlich. Ist das richtig dunkel? Ja. Schau mal, man sieht das überhaupt. Ja. Die Chemole ist so leicht angemacht. Genau. Diese Cuts, ne? Ich meine, da kann doch jetzt jeder sagen, weißt du? Ich mache jetzt 5 Stunden Handstand. Mach kurz mal einen Cut ran und sag, was weiß ich. Oh, wir haben jetzt so und so viel Spät. So was musst du mal richtig mit Zeitraffer machen. Das ist doch alles... Wow. Sieht das überhaupt? Ja. Die Räten wurde jetzt noch Licht angemacht. Genau. Mach mal. Ist das geschlagen? Sehen so verstorben aus, ne? Nein, wir sind scharf, ne? Okay, ja. Leute, ihr seht, es ist einfach noch voll dunkel geworden, oder? Ja. Geh mal ran. Die Lände ist geschlagen. Ne, die ist... Drück mal auf uns. Auf jeden Fall ist es schon richtig... Langsam wird's richtig dunkel. Richtig. Ich hoffe mal, die sonst. Ja. Müsste gehen. Und ja. Jetzt machen wir halt so, was ein Feines. Ja, ein bisschen schön. So. Du schluchst doch ein bisschen, oder kuschelt ein bisschen. Mach mal schlafe, Digga. Richtig. Und zwar. Du wogst dich jetzt über mit deinem Rücken. Warte mal. Gib dir fünf Klappen. Auf den Rücken. Richtig. Guck mal. Guck mal. Von der Helligkeit meinst du? Ne. Guck mal hinten auf der Fußmatte. Ja. Sind das die nasse Fußabdrücke? Ja. Oder ist das ein Schatten? So ein Zack-Zack. So, so, so. Weißt du, du meinst? Ja. Ja. Sieht aber noch was aus. Ah, da. So. Ja. Du wogst dich jetzt über mit deinem Rücken. Gib dir fünf Klatscher auf deinem Rücken. Scheiße. Eins. Ja, das war ja ein richtig amüsler Klatscher. Was weiß ich das denn jetzt? Zwei. 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 Ja, mit denen sollte ich auch Sparring machen. Wenn wir zeigen, wie man so... Ah. 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 Oh, keine Nuggets. Ah. Alter, guck mal hier. Was ist los? Von wegen, Alter. Oh, die sind doch rausgegangen. Ja, ja. Oh, Detektiv Kevin ist am Start. Warte auf, hier. Und, da. Alles nass. Ja, alles nass. Also mit einem Bein war das nicht. Das ist auch ein bisschen weit weg für ein Bein. Richtig. Und das waren nicht mal eben Kameranholz. Und vor allem hier. Siehst du das? Die nasse Sachen. Ja. Und ja, es ist ja richtig dunkel auf der Kamer. Ist sogar noch eigentlich ganz hell. Wie lange waren die denn da jetzt drin? Keine Ahnung. Anscheinend. 20 Minuten. Kurz geschnitten. Zack, zack. Ja. Hochgeladen. Mit einer halben Million Klicks. Der Rubel rollt. Warum nicht? Die Merch rausbringen nochmal kurz. Was soll der Geiz? Ne? Wie hieß die Bewertung? 40.000 hoch, 5.000 runter. Ne Ernst? Was ist das hier? Bam. Bam Leute. Ein Spirit Board. Das kennt man eigentlich aus einem Horrorfilm, wo die immer die Finger drauf legen und sich das bewegt. Das kenne ich als Gläser. Das habe ich früher im Keller mal gespielt. Genau. Hier sieht man das ganze Alphabet. Das war so. Geist, bist du hier? Mhm. Nein. Klar, aber keine. Jetzt bewegt der Geist praktisch diese Stein zu den Buchstaben und dann kommt ein Wort bei raus. Nein. Ja genau. Das macht ja jetzt der Geist. Das macht ja jetzt der Geist. Ja, ja. Guck, guck. Nein. Oh. Nein. Nicht so, Tom. Nein! Das ist weg! Nein! Das ist weg! Komm mal hoch! Das ist weg! Das ist weg! Ich hatte gerade Schiss. Ich hatte gerade Schiss. Ich hatte gerade Schiss, er hat sich erschrocken. Achso. Wenn der hier ist, was hast du gemacht, du Mädel? Wenn der wirklich hier ist. Das ist jetzt Mensch ärgere dich nicht für Erwachsene. Achso. Mach wieder auf M oder so. Der will uns verarschen. Der Geist will uns verarschen. Der ist jetzt drinnen. Guck mal wie seine Hand. Guck mal, wenn es den bisschen bewegt wird. Ja, die Muskulatur. Genau, wie die Muskulatur der anspannt wird. Er zieht. Auch bei ihm in der Hand. Er schiebt. Die Kamera geht plötzlich aus! Vielleicht der Akku leer. Wir wollen aufhören zu spielen. Alter. Ich höre keine Geräusche. Das ist die schlechte Tonqualität. Die ist ja nicht wie bei uns. Scheiße! Scheiße! Ey, wir hören auf! Wir hören auf! Ach, scheiße! Mach nicht an, mach! Scheiße! Mach nicht an, mach! Dann wird es vielleicht gebrochen oder so. Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Wollen wir mal analysieren, wie das Fahrrad jetzt runtergefallen ist? Mich fällt mal interessiert, ob da einer hinter stand oder ob er mit seinem Ellbogen... Weißt du? Schön, ne? Wie ist denn das Fahrrad drüber? Mach mal ganz kurz drüber. Wir wollen aufhören zu spielen. Ah, guck mal! Die rechte Hand! Da! Die linke Hand. Pass auf! Er guckt so die Geräusche. Das war die Überbrückung. Ich muss jetzt das Fahrrad anfassen. Pass auf! Zack! Hand rein! Jetzt da, bewegen! Da! Plötzlich der Geist! Ach, Jungs! Ach, Jungs, Alter! Wie viele Daumen hat das nach oben? Das jetzt? 40.000. Und 5.000 runter. Oh! Der Geist! Kriegen wir jetzt auch 40.000 Daumen hoch? Wir müssen abbrechen. Ja, ich muss nach Hamburg. Tut mir leid. Ja, tschau. Oh, dieses plötzlich gefährliche Ende. Hast du mitbekommen? Aber vielleicht ist es ja... Wie alt sind die? Weißt du das ungefähr? 18, 19? Ja, die älterer. 21, 23, 23, 23. Vielleicht ist es ja auch... Vielleicht wissen die Zuschauer... Vielleicht nehmen sie das so als Kurzfilmer, als Unterhaltung einfach irgendwie. Ich weiß nicht. Weißt du das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Wie das Fahrrad runtergefallen ist. Ich bin gerade einfach nur wieder sprachlos. Heftig. Nee, ganz im Ernst jetzt. Auch der Schrank. Gerade zum Schluss. Er hält die Kamera mit der einen Hand und mit der anderen schiebt das Zeug raus. Wie mit dem Fahrrad halt. Aber komisch, dass sich dann auf einmal die Kamera, anstatt die ruhig ist, wenn das Zeug rausfällt, bewegt sich die Kamera. Ja, ja. Naja. Also bei deinem anderen React-Video dachte ich so, ja, es wird ja immer heftiger. Ist schlecht, oder? Leute, was sagt ihr dazu, ganz im Ernst? Wollt ihr das einfach so schlecht haben? Ich hab keine Ahnung. Machen wir was falsch? Erzählt doch mal ein bisschen. Ja, was sollen wir... Wollt ihr es haben? Wir gehen doch auf euch ein. Ja. Wir versuchen doch uns zu verbessern. Wir lernen doch. Na ja. Na ja. Also ich würd sagen... Ja, genau. Ja, da fällt mir das Ganze jetzt mal vom Herz, da fällt mir einfach nichts zu ein. Das ist so... Echt schlecht einfach. Macht das schade. Aber ich mein, sag mal, der Erfolg gibt denen vielleicht recht. Aber das stimmt, ne? Der Erfolg gibt denen ja irgendwie auch recht, ne? Es funktioniert ja. Also ich kannst eigentlich gar nichts Schlechtes sagen, weil die machen alles richtig. Genau. Wir sind ja gar nicht neidisch oder so, sondern echt ist schon so fast... Erschrocken. Erschrocken. Ich find, ich bin eher so erschrocken. Genau so, was mach ich denn falsch? Ach scheiße, Alter. Kann ich mich verbessern. Warum hab ich denn einen Kameramann, einen Cutter und noch einen Kameramann und noch einen Grafen? Warum geh ich so viel Geld aus eigentlich? Ja. Es geht doch auch einfacher. Ja. Ja, los. So, Jungs. Ihr seid gefeuert. Wir machen jetzt alleine weiter. Wir werden raus. Ja, wisst ihr Bescheid. Was ist denn jetzt? Ich hab's gefeuert. Ja, wie im Klopfen zu machen? Und, okay. So Leute, wir verabschieden uns jetzt. Der Tonnenrchen ist ein bisschen schief. Ich würde sagen, Peace, bis zum nächsten Mal und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare.